Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des VfL Oldenburg nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SVG Zelle. Das Spiel des 13. Spieltags und damit auch des letzten Vorrundenspieltags endete 28 zu 20 für die Gastgeber. Ich bitte die Trainer um einen Kommentar zu dem Spiel, aber auch um einen Rückblick auf die Vorrunde und wie sie sich möglicherweise auch jetzt Dinge vorstellen, Maßnahmen für die Rückrunde. Wir beginnen zunächst mit Martin Kahle. Ja, schönen guten Tag. Zuerst einmal Glückwunsch Lecek zum Sieg. Ich denke, sehr verdient und auch in der Höhe. Wir haben eigentlich eine gute Anfangsphase gehabt, die ersten 20 Minuten. Lagen wir mal 8-3 hinten, haben uns dann aber wieder rangekämpft. Und dann ist so aus meiner Sicht so eine Schlüsselszene passiert bei 9-7. Dann werfen wir frei vom Kreis, haben dann nochmal die Möglichkeit, einen Gegenstoß, erste Welle, einen langen Pass, der eigentlich kein Abwehrspieler dabei war, auch weg. So, und dann zieht Oldenburg davon auf 11-7. Dann kriegen wir eine Zeitstrafe und dann ist das Spiel schon mit 15-8 zur Halbzeit natürlich sehr dominant für Oldenburg und für uns noch schwieriger. Und letztendlich kann ich sagen, dass meine Mannschaft nie aufgesteckt hat, auch wenn der Rückstand hoch war. Aber dann muss man sagen, dass doch die Fehlerquote zu hoch war und war vielleicht auch ein bisschen viel Hektik im Spiel. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch kein schönes Handballspiel zustande gekommen. Ja, das erstmal zum Spiel. Ja, ich bin zufrieden mit unserer Abwehrleistung. Wir haben uns heute vorgenommen, viel, viel weniger Tore zu kassieren, weil bisherige Spiele haben wir oft, wie man sieht, für uns entschieden. Allerdings, unsere Abwehrleistung war nicht gut. Heute, Hauptaufgabe und Fokus haben wir auf Verteidigung heute gelegt. Ich glaube, mit 20 verlorenen Toren kann man leben. Insgesamt, wir waren recht schnell sicher, dass wir heute dieses Spiel für uns entscheiden können. Ich habe mutig gewechselt. Wir haben wieder Kleinigkeiten ausprobiert, die für mich vielleicht eine wichtige Rolle zukünftig spielen können. Insgesamt aber freut mich besonders, dass wir gesund dieses Spiel beendet haben, weil das ist immer das Hauptziel momentan. Außerdem, dass man natürlich mal um die Punkte kämpft, aber man möchte mit gesunden Mädels weiterarbeiten und nächste Spiele machen. Ja, mach doch gleich weiter mit deiner Beurteilung der Vorrunde. Ja, ich denke, dass wir durch den heutigen Sieg zuerst die gleiche Punktzahl erreicht haben, die vor einem Jahr nach der ersten Runde. Wenn man unsere Probleme berücksichtigt, glaube ich, ist das sehr gute und letztendlich Ergebnis, die uns zufrieden macht. Man kann jedes Einzelspiel analysieren und über unglücklich verlorene Punkte immer diskutieren, aber wir haben auch Siege erreicht, die man uns vielleicht nie zugetraut hat, gegen Bietigheim, gegen Dortmund. Insofern glaube ich, wenn man alles berücksichtigt, müssen wir zufrieden sein. Nein, wir haben den vierten Tabellenplatz erreicht durch den heutigen Sieg. Wir spielen mit sehr junger und unerfahrener Mannschaft, was man immer sieht. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Ich hoffe natürlich, dass wir uns noch steigern können, aber meine große Hoffnung hat mit den Verletzten vor allem zu tun. Ich denke, dass, wenn alles gut läuft, vielleicht zwei von drei, die momentan verletzt sind, melden sich noch bald wieder. Wann ist das natürlich schwierig zu beantworten, aber ich hoffe natürlich auch, dass kein anderer sich verletzt, weil man merkt, dass, wenn wir beginnen zu wechseln, und heute haben wir einen Rückraum rausgenommen, sofort der Gegner reagiert und bringt uns zusätzliche Schwierigkeiten. Lernen wir auch, mit dieser Situation umzugehen, aber das ist das, was uns momentan beschäftigt. Was wäre, wenn? Wobei, darüber wollen wir nicht zu lange denken. Martin, bei euch ist es natürlich eine ganz andere Situation. Zufrieden kannst du nicht sein. Ihr habt heute auch gezeigt, dass ihr durchaus mithalten könnt und einen großen Kampfgeist zeigt, aber es dann im Endeffekt doch nicht langt, ihr nicht belohnt werdet. Bisher kein Sieg, zwei Unentschieden, auch unglückliche Spiele dabei, zum Beispiel letztes Wochenende gegen Leverkusen geführt und dann doch wieder verloren. Wie siehst du deine Situation mit deiner Mannschaft? Ja, letztendlich unterscheidet uns natürlich viel in der individuellen Qualität. Und auch gerade, das sieht man ja heute auch, wenn man so teilweise Würfe von uns anguckt, die können nicht erfolgsversprechend sein. Das können wir zehnmal probieren, so zu werfen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und wir müssen da halt einfach zusehen, dass wir, jetzt ist Oldenburg auch nicht unsere Kragenweite, das muss man auch sagen. Wenn wir gewinnen wollen, dann muss viel passieren. Wir müssen selber gut am Limit spielen. Das haben wir gegen Leverkusen 45 Minuten gemacht. Die Chance zu Hause ist natürlich noch größer als auswärts. Und dann haben wir so drei, vier Mannschaften, denke ich, mit denen wir auf Augenhöhe sind. Einen großen Teil kriegen wir davon auch zu Hause. Und dann gilt es halt weiter. Das ist für die Mädels keine einfache Situation, Woche für Woche zu trainieren. Aber ich denke, dass wir unseren Moment noch bekommen werden und dann auch für den Trainingseinsatz und auch den Aufwand, den wir betreiben, belohnt werden. Gut. Gibt es Fragen? Nein. Dann möchte ich Leszek bitten, noch einen kleinen Ausblick auf das Spiel am Mittwoch zu machen. Es geht ja gleich weiter. Ja, uns erwartet wieder keine einfache Aufgabe, nur weil Geppingen gerade unten da steht. Das ist eine Mannschaft, die mit sehr vielen erfahrenen Spielerinnen spielt. Ich wundere mich sogar ein wenig, dass diese doch erfahrene Truppe mit Spielerinnen, die große Bundesliga-Erfahrung haben, bis jetzt tatsächlich nur vier Punkte gewonnen hat. Ich denke, das ist eine Mannschaft, die gegen jede, wirklich jede besser aussehen kann. Wenn man auf diese Kader schaut, eine hochinteressante holländische Spielerin, eine Paulin, die für Nationalmannschaft spielt, eine sehr junge, talentierte Torfrau, Möglichkeiten am Kreis mit Spielerinnen von Ex-Jugoslawien, auf Rückraum auch zwei, drei Alternativen, die meiner Meinung nach sportlich wertvoll sind. Insofern, heute dürfen wir uns freuen, aber eigentlich ab morgen, was wir auch vorhaben, werden wir uns mit Geppingen beschäftigen, trainieren, Videobesprechung machen. Uns bleiben nur zwei Tage für direkte Vorbereitung, aber das ist eben Bundesliga, wobei alle, die erwarten, dass hier einfache Geschichte passiert, glaube ich, machen große Fehler. Wir müssen uns richtig neu einstellen, nochmal nachdenken, was heute gut und was schlecht funktioniert hat. Wir müssen neue Sachen ausprobieren, innerhalb von zwei Tagen müssen wir das machen. und natürlich, man hofft, dass man startet Richtung zweite Runde mit Sieg, aber ich bin sehr vorsichtig mit Optimismus, wenn um diese Gegner geht. Gut, dann danke ich an dieser Stelle den Trainern. Für euch geht es am Samstag nach Dortmund, also auch ein richtig schwerer Brocken. Vor drei Wochen gab es eine Pokalpleite, eine ziemlich deutliche Niederlage. Dafür trotzdem alles Gute, auch für die Rückrunde, dass es dann doch im Endeffekt langt. Wir sehen uns dann am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Heimspiel gegen Göppingen. Ich wünsche euch eine gute Heimreise, danke euch, dass ihr euch hier zur Verfügung gestellt habt und danke für die Aufmerksamkeit.